Die Niederschläge der vergangenen Monate haben ihre Spuren hinterlassen. Die Sattnetz ist über die Ufer getreten, zahlreiche Keller stehen unter Wasser. Der Wasserspiegel des Wörthersees betrug zeitweise 172 Zentimeter, der Durchschnitt liegt bei 125 Zentimeter. Dementsprechend häufig mussten auch die Einsatzkräfte ausrücken. Die vergangenen zwei Wochen hatten wir in Klagenfurt also 504 Einsätze. Einsatzgebiet war vom Wörthersee Richtung Fiktring, Weidmannsdorf und Sankt Ruprecht, wobei vorrangig die dänischen Einrichtungen in den Kellern zu schützen waren und eben die Liefte und Liftschächte in den Wohnhäusern. Die jetzige Situation resultiert Experten zufolge aus der topografischen Lage der Landeshauptstadt, unter der sich rund eine Milliarde Kubikmeter Grundwasser befinden. Dieser Wasserkörper wird eben auch von Niederschlägen gespeist und wenn wir sehr hohe Niederschläge haben, dann steigt der Grundwasserspiegel. Und das kann Schwankungen betragen, die also bis zu drei Meter und sogar noch mehr gehen. Und in den Bereichen, wo die Geländeoberkante sehr niedrig ist, da kann dann der Grundwasserspiegel bis an die Oberfläche reichen. Und wenn ich hier ein Gebäude habe mit einem Keller, der nicht wasserdicht ausgeführt ist, dann kommt es eben zum Eintritt von Grundwasser in die Kellerräume. Statistisch gesehen ist alle zehn bis 15 Jahre mit derartigen Ereignissen zu rechnen. Es wird ein Haus errichten und liegen, dass sie in ihrer Selbstverantwortung einfach eine Baugrunduntersuchung machen, dass sie schauen, wie hoch soll ich mit dem Niveau herausgehen, wie soll ich den Keller, wenn ich überhaupt einen Keller mache, ausführen. Und ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Frage der Zukunft. Aus aktuellem Anlass hat sich nun auch der Klagenfurter Stadtsenat der Problematik gewidmet. Mein Ansinnen ist es jetzt, dass wir einen Hilfsfonds auch seitens der Stadt aufbauen und dass wir hier auch eine gewisse Entschädigung machen können. Natürlich muss das vorher geprüft werden und dass wir ans Land Kärnten herantreten, dass man überhaupt den Katastrophenfonds, den es ja zwischen Land und Bund gibt, dass man den auch für Grundwassergeschädigte öffnet. Im Zuge einer Sitzung des Stadtssenates wurde neben diversen Sofortmaßnahmen auch die Einrichtung einer Kommission zur Erhebung der Schäden beschlossen. Die Abwicklung der Schadensmeldungen erfolgt durch die Bürgerservicestelle. Betroffene können sich ab sofort an das Bürgerservice im Magistrat wenden.